Hallo! Ja, heute ist schon die Folge 8 dran. Ja, Gruß aus dem Urlaub. Meine Grüße aus dem Urlaub für euch. Heute mit der Folge 8. Ja, Fly sitzt hier unten. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil sie sitzt gerade so schön da. Und ja, was soll man sagen, nicht? Heute ist das Wetter ein bisschen, ja, ich sag's mal, bewölkt, aber trotzdem, ja, ich sag's mal, sonnig. Sonnig? Trotzdem so ein bisschen, ja, so sein gewisses Etwas. Aber soll nicht heißen, so ist das manchmal. Ja, wie gesagt, sitz ich jetzt hier. Jetzt zeig ich erst mal euch Fly. Und da seht ihr Fly. Ja, sie genießt es auch gerade so ein bisschen. Ja. Und wir natürlich auch. Und so ist das. Hm. Exklusiv für euch. Hm. Ja, Fly gesehen. Ja, ihr wundert euch, warum ich die Kameras so stehen habe. Habe ich jetzt aus dem Grunde gemacht, weil ich einen anderen Blickwinkel haben wollte. Ich habe ein bisschen den Hintergrund geendet. Ja. Jetzt trinkt ein Schluck Cola. Muss manchmal sein, außer man hat der Arzt das ein bisschen verschrieben. Und, ja, dazu gibt's dann noch Eistee. Ach ja, für alle, die es noch nicht wissen, gibt's demnächst hier eine neue Serie. Die heißt Love is in the Air. Die Flasche mag mich sehr. Mit einer Eisteeflasche. Mit Zitrone. Und, und Pfirsich. Ja, das Intro könnt ihr schon online sehen. Für die Leute, die davon noch nicht halt genug kriegen können. Aber im Grunde genommen kommt diese Serie bald. Eigentlich bin ich damit schon geplant auch angefangen. Aber, es gab dann immer wieder so ein paar Dinge, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Die Flasche bewegt sich selber. Kommt zu mir. Ja. Was man halt mit einer lieblichen Eisteeflasche so alles anstellen kann. Aber das werdet ihr dann in der neuen Serie sehen. Love is in the Air. Die Flasche mag mich sehr. Und, ja, ich habe mir gedacht, ich sitze hier, gut, die Sonne ist jetzt zwar gerade nicht da. Wohin war sie da. Sie macht immer so abwechslungsreiches Zeiten. Und, ja, so ist das manchmal. Ja, dazu kann ich aber auch sagen, ist zwar ein bisschen windig, aber es ist auch nicht regnerisch oder so. Aber, eines kann ich sagen. Was heute noch so kommt, werdet ihr sehen. Na, ich bin auch mal gespannt. Aber, ja, vielleicht werde ich nachher nochmal zum Strand gehen, mal gucken. Na, aber das werden wir dann sehen. Und, ja. Ich wünsche euch trotzdem einen sehr, sehr schönen Tag. Falls ihr den noch nicht hattet. Macht euch einen schönen Tag. Ja. Und, dann kriegen wir das hin. Wollt ihr nochmal Fly sehen? Ja? Gut. Dann kommt ihr nochmal Fly. Ich trinke nochmal einen Schluck. Und ihr seid Fly. Los geht's. Na, Fly, lieb. Du genießt es auch, wa? Wusstest du schön aus? Genauso wie ich. Obwohl ich jetzt gerade so ein bisschen dämlich liege. Aber doch. Es passt doch ganz gut. Hört den Daumen. Wenn es euch gefällt. Ach, ja. Ah. Ich werde jetzt erstmal in einen anderen Ort gehen. Und wir sehen uns gleich. Oder jetzt woanders wieder. Uuuh. Und wir sehen uns gleich. Und wir sehen uns gleich. Und wir sehen uns gleich. Okay, jetzt woanders jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.